Adasa ist der Name einer Siedlung in Judäa, heute die Ruinenstätte Kirbit Gravis Adase oder Kirbat Gravis Adasa im Westjordanland. So wie der Ort einer Schlacht etwa 30 Stadien nördlich Jerusalems auf die bei Flavius Josephus und im 1. Buch der Makabeer verwiesen wird. Die Siedlung soll in etwa 5,5 Kilometer Entfernung Beth Horon gegenüber gelegen haben. Schlacht Die Schlacht bei Adasa fand am 13. des Monats Adar 161 v. Chr. zwischen den Makabeern unter ihrem Anführer Judas Makabeus und der Seelö-Kedischen Armee unter dem Befehl des Strategen Nikanau statt. Die Makabeer gewannen diese Auseinandersetzung, während Nikanau in der Schlacht fiel. Zum Gedenken dieses Ereignisses wurde dieser Tag der Niederlage des Nikanau zum Feiertag in Judäa erklärt. Trotz dieses Sieges wurde Judas kaum ein Jahr später von den Seelö-Kedischen in der Schlacht von Adasa besiegt und getötet.